Hallo, ich bin Christian, Produktentwickler aus dem Mellerut-Team. In diesem Video stelle ich euch die simple Anwendung unseres Mellerut Holzentgrauer Grundreiniger vor. Der Mellerut Holzentgrauer Grundreiniger wirkt auffrischen und bleichen zugleich. Er ist für alle Holzarten geeignet. Für den bestmöglichen Effekt müsst ihr zunächst losen Schmutz abkehren. Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Produkt mit einem Pinsel oder einer Rolle großzügig auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Falls notwendig mit Schleifvlies nacharbeiten und mit viel klarem Wasser abspülen. Das Produkt entgraut und reinigt eure Holzoberflächen in einem Arbeitsschritt, sodass diese ihren natürlichen Farbton zurück erhalten.